Wir haben wieder viele, viele neue Dinge für euch aus dem Bereich der Autopflege und die möchte ich euch kurz vorstellen. Und wenn dich das interessiert, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist. Ja, da fangen wir an mit den Neuigkeiten, die wir bei uns im Programm haben. Die findet ihr übrigens auch immer im Shop auf dem Bereich Neuigkeiten. Könnt ihr oben links bzw. rechts drauf gehen und dort gibt es dann eine Rubrik Neuigkeiten. Da könnt ihr euch immer informieren, was wir Neues haben. Alles das, was dort gezeigt wird, sind Produkte, die schon bei uns im Lager sind. Eventuell, wenn man ein bisschen wühlt, kann man auch Produkte finden, die gerade im Zulauf sind. So zum Beispiel das 303 Spray Coating Graphene Sprühversiegelung, die jetzt bei uns im Zulauf ist, die wir schon komplett registriert haben. Aber heute, wie gesagt, geht es nur um Produkte, die wir bereits auf Lager haben. Erstes Produkt vom Hersteller Zymöl aus Florida, Seal, eine Gummipflege, ideal für Oldtimer oder für Gummidichtungen, Gummibereiche, die halt schnell zum Versprüden neigen. Und damit könnt ihr das Gummi im Grunde genommen wieder komplett recovern, sage ich jetzt mal. Also das heißt, damit könnt ihr verloren geglaubte oder kaputt geglaubte Kunststoff- bzw. Gummidichtungen wieder komplett herstellen. Wie gesagt, das gibt es bei uns im Shop bestimmt kein günstiges Produkt, aber ein hochinteressantes Produkt, gibt es auch schon viele Rezessionen zu. Wir werden dazu auch mal ein Video drehen. Ich denke so, ja, in diesem Sommer wird es auf jeden Fall noch was mit dem Video zum Zymöl oder wie die Amerikaner sagen, Simul Seal. Bei uns im Shop extrem schweres Produkt auch, merkt man, da ist also richtig Qualität drin. So, dann gibt es von Zymöl im Grunde genommen für den Einstieg, das Detail-Wex sind, ja, ich glaube 30 oder 50 Milliliter sind da drin. Genau, steht es im Shop, ein Einsteigerwachs mit einem hohen Kanaube-Anteil. Also auch hier von Zymöl jetzt im Grunde genommen so ein Einsteigerpäckchen, das günstigste Zymölwachsprodukt bei uns im Shop mit dem Detail-Wex. Dann haben wir einen komplett neuen Hersteller im Programm, die Firma Mesto aus Freiberg am Neckar. Und das ist ein Hersteller von Pumpsprühern beziehungsweise von Drucksprühern. Und das Interessante daran ist, die werden zu 100 Prozent in Deutschland produziert und sind entsprechend wertig. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Produkte aufzunehmen, weil wir noch keinen vollständigen Pumpsprüher haben, mit dem ihr also praktisch ohne, dass ihr Schaum erzeugt, eine Pumpsprüher habt. Das heißt also, in dem Fall sind es zwei Stück für die jeweiligen alkalischen Bereiche. Vom Prinzip her ist es immer so, das geht von dem pH-neutralen Bereich, also pH-Wert 7, bis in den stark alkalischen Bereich, also 13, 14. Oder vom sauren bis in den pH-neutralen Bereich. Es gibt ja immer mehr saure Reiniger in der Autopflege, weil das Problem Verkalkung beziehungsweise Mineralisierung, mineralische Ablagerungen auf dem Fahrzeuglack oder auch auf anderen Bereichen ein Thema ist. Und dafür haben wir jetzt im Grunde genommen zwei Sprüher für die alkalischen Reiniger oder auch für die sauren Reiniger. Ja, jetzt habe ich mal hier zum Beispiel, da sieht man immer direkt, was für ein Dichtungstyp drin ist. In dem Fall pH-Wert 1 bis 9 für diesen Sprüher hier. Der Sprüher hat jetzt hier noch so ein Rädchen, das heißt, ihr könnt ihn direkt mit einer Hand dann auch wieder ablassen, den Druck. Vorne die Düse ist ja jetzt ungefähr 15 cm lang, also so wie ihr es auch dann in der Beschreibung im Shop seht. Und dann könnt ihr hier mit dem Druck aufbauen. Füllmenge hier ist jetzt 1,5 Liter bei diesen zwei normalen Drucksprühern, die wie gesagt Drucksprüher sind, ohne dass sie ein Schaumbild erzeugen. Ja, ich sage es mal, die sind auch vielleicht ganz interessant. Beide funktionieren mit dem Easy-Code von G-Technik, weil Easy-Code G-Technik, das haben wir auch nochmal im Shop neu reingeschrieben, kann ich also auch mit einem Drucksprüher aufbringen, ohne dass ich das jetzt über den Wasserschlauch appliziere. Dann fahre ich entsprechend günstiger. Also dafür, das wäre auch so ein weiterer Einsatz für die Wettcode-Anwendung vom Easy-Code. Oder ansonsten Multistar, Greenstar, G-Technik, W5, das sind jetzt alles alkalische Reiniger und saure Reiniger, wie dann zum Beispiel die typischen Wasserfleckenentferner, also von Carpro Spotless, von G-Technik den Waterspot Remover. W5 oder W9, also W9, das wären so klassische Produkte, die dann eher im sauren Bereich unterwegs sind. Ja, wie gesagt, da könnt ihr euch dann einfach im Shop aussuchen, was ihr für einen haben wollt, beziehungsweise was ihr für einen pH-Wert damit bedienen wollt. Und ja, das sind die zwei Drucksprüher. Und dann gibt es auch noch einen Foamer, der sieht ein bisschen anders aus, hat auch ein größeres Füllvolumen, also die Gesamtvolumen, was hier reinpasst, sind zwei Liter. Aber um den entsprechenden Druck aufzubauen, ist also ein halber Liter, wird also gebraucht, um den aufzubauen. Und dann habt ihr bei dem hier einen Foamer und das Interessante an dem Foamer ist, dass es also hier sehr, sehr günstig, nicht Düsen gibt, sondern hier gibt es einfach Filzblättchen. Die werden wir auch demnächst als Zubehörteil haben, also um das Schaumbild einzustellen, gibt es entsprechende Filzblättchen. Dann könnt ihr, wie gesagt, zum Beispiel Sonax Active Foam mitverarbeiten, G-Technik W4, den Gentle Snow Foam GSF von Kochchemie. Also das heißt, um Produkte aufzuschäumen oder aber auch, weil er auch komplett in den alkalischen Bereich reinpasst, mit pH-Wert 7 bis 12, zum Beispiel in den Breakbuster, also den alkalischen Felgenreiniger beziehungsweise Reifenreiniger von G-Technik, den könnt ihr auch wunderbar mit diesem Mesto Foamer aufschäumen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so ein komplett neuer Hersteller bei uns im Shop. Mit Mesto sehr, sehr hochwertiger Pumpsprüher beziehungsweise Foamer gibt es auch in der Rubrik Neuheiten oder dann auch beim Hersteller oder auch bei den entsprechenden Kategorien Drucksprüher beziehungsweise Foamer. So, dann auch neuer Hersteller ist schon ein paar Tage im Shop drin, ist die Firma Akut SOS. SOS, Akut SOS ist eigentlich ein Dienstleister und die haben sich halt im Laufe der Zeit überlegt, ja, wir können doch auch das, was wir selbst an chemischen Reinigern produzieren lassen oder an chemischen Helferlein produzieren lassen, auch im größeren Stil produzieren lassen. und deshalb gibt es jetzt diese Serie der Smell-Off, also der Geruchsbeseitiger und diese Geruchsbeseitiger gibt es dann einmal in dieser Pocket-Edition. Das sind dann 15 Milliliter, jetzt mag vielleicht der ein oder andere denken, ja, 15 Milliliter und dafür dann schon neun Euro. Das sind Hochkonzentrate, das heißt, ihr braucht zum Beispiel zur Geruchsbeseitigung in einem Fahrzeug nur ein Sprühstoß, das heißt also so ein kleiner Pocket-Sprüher, der langt für 70 Anwendungen. Sicherlich hochinteressantes Produkt, es gibt dann davon im Grunde genommen nochmal eine spezielle Version mit einem Additiv für die Rauchbeseitigung, also das heißt Rauchdufte, also Raucherfahrzeuge oder auch eine große Version mit 300 Milliliter, die dann schon für einige hundert Anwendungen reicht. Wie gesagt, akut, SOS jetzt mit den Smell- bzw. Smoke-Off-Geruchsbeseitigern, denke ich, auch sehr, sehr interessante neue Marke, die wir im Shop haben. Etwas länger, aber noch nie vorgestellt, darauf hingewiesen worden, ja, ihr habt ja Labrokosmetika im Shop, aber du hast sie überhaupt noch nicht vorgestellt. Ja, kam ich wohl nicht zu, habe ich vergessen, keine Ahnung. Da gibt es also eine ganze Reihe von Reinigen, die wir aufgenommen haben bzw. auch einen Wetcoat. Ich will aber jetzt einfach mal die zwei Reiniger hier vorstellen, weil die sind nämlich hochinteressant. Da gibt es einmal das Kronos, das ist ein Entferner oder ein Löser von Kohlendioxid- oder Kohlenmonoxid-Ablagerungen. Das heißt also, diese typischen Anruß- oder Rußanhaftungen, die man am Auspuff hat. Und bei, ich sage es mal, Nicht-Dieselfahrzeugen, da lässt sich das sehr, sehr gut hiermit verarbeiten. Braucht ihr nur ganz, ganz wenig auf einen kleinen Schaumstoff oder auf Mikrofaser oder auch auf eine Zahnbürste, aus einer ausgemusterten Zahnbürste. Oder ihr könnt auch eine entsprechende Wheel-Wulli verwenden. Und das tut ihr da leicht drauf träufeln. Und dann könnt ihr damit den Ruß sehr, sehr einfach anlösen. Und dann habt ihr eine Chemische Rußentfernung. Und die ist halt viel, viel einfacher, als wenn ihr das Ganze mechanisch macht. Dann das einzige zurzeit bei uns, das einzige saure Shampoo, Puru Fica von Labo Cosmetica. Ein leicht saures Shampoo könnt ihr natürlich entsprechend dosieren. Wieso macht das Sinn? Gleiches Thema, was wir eben schon hatten bei den Foamern. Dann auch beim Thema Shampoo. Mit einem sauren Shampoo löst ihr mineralische Ablagerungen. Und mineralische Ablagerungen mindern die Hydrophobie von einer Keramikversiegelung ganz, ganz schnell. Da gibt es auch noch ein schönes Waschvideo demnächst, wo ihr das also sehen könnt. Wenn ein Fahrzeug oder wenn eine Keramikversiegelung, eine echte Keramikversiegelung nicht mehr richtig abhält, dann ist ein Produkt wie Puru Fica oder ein Carpro Spotless untergleichen sinnvoll. Beim Puru Fica habe ich das Ganze in Shampooform. Das heißt also hier die Entmineralisierung in Form von einer Handwäsche sehr, sehr schonend und auch sehr safe. Und deshalb haben wir dieses Shampoo aufgenommen. Ich denke auch hochinteressant. Wie gesagt, demnächst geht es ja an meinen GLC, wo wir dann mal diese sieben verschiedenen Coatings auf meinem Fahrzeug uns anschauen. Und dann auch waschen mit einer entsprechenden sauren Chemie. Und wie gesagt, dafür gibt es jetzt Puru Fica. Wer eine Keramikversiegelung drauf hat, für den sind saure Shampoos hochinteressant. Ja, man kann es kaum glauben, aber wir hatten oder haben schon sehr, sehr lange die Jelly Blades bei uns im Programm. Original von California Car Duster, die das Patent haben von diesen Jelly Blades. Also das heißt diesen Silikon abziehen. Ja, wahlweise für die Scheiben oder für den Lack. Wenn man aufpasst, habe ich ja auch ein entsprechendes Video gemacht. Und jetzt haben wir endlich auch das California Dry Blade. Es gibt ja zwei. Das California Jelly Blade, die geschwungene Form oder die gerade Form des California Dry Blade in Rot. Und die Transparenten sind auch da. Also das ist vielleicht auch ein sehr, sehr interessantes Produkt. Und jetzt auch in wunderschönem Rot bei uns im Shop. Ja, eigentlich keine Neuheit, aber wie gesagt, das rote Original California Dry Blade hatten wir noch nie. Jetzt ist es im Shop. So, nächstes Produkt. Viele kennen ja das Purple Foamed Wool Pad von Lake Country. Gibt es ja auch schon etwas länger bei uns im Shop. Auch in entsprechend vielen Größen. Also das heißt für den 75 Millimeter Stützteller, für den 125 Millimeter Stützteller oder für den 150 Millimeter Stützteller. Ein interessantes Pad, was im Grunde genommen die Vorteile von einem Schaumstoff und einem Lammfell Pad kombiniert. Indem auf der oberen Seite im Grunde genommen Schaumstoffpartikel eingedampft sind. Dieses Pad gibt es auch in einer etwas milderen Form. Das ist dann das, anstatt Purple Foamed Wool, ist es das Blue Foamed Wool Pad. Das gibt es jetzt auch bei uns im Shop. Das heißt etwas weniger Abrasivität und ein etwas gesteigertes Finish. Wurden wir angesprochen von verschiedenen Kunden. Ja, nehmt doch bitte das Blaue auch ins Programm. Deshalb jetzt also auch beide Sorten bei uns im Webshop von der Firma Lake Country, die Foamed Wool Pads. Auch eine interessante Technik, die Lake Country ja anwendet. Und deshalb denke ich auch ein hochinteressantes Pad. Dann haben wir ja noch Verlosungen und die will ich jetzt einfach hier mit meinem Handy bei euch einfach mal im Grunde genommen live durchführen, damit die Gewinne noch festgestellt werden. Einmal von unserer Neueröffnung bzw. Wiedereröffnung von unserem Ladengeschäft, in dem ich jetzt hier auch stehe. Unser Ladengeschäft in Limburg direkt an der Autobahn A3 hat wieder geöffnet. Montags bis Freitags sind wir für euch da und freuen uns, wenn ihr hierher kommt. Wir haben hier alle Polierpads, wir haben hier alle Mikrofaserprodukte, wir haben alle Poliermaschinen hier, wir haben alle Reiniger da, alle Detailer da. Das könnt ihr euch alles hier anschauen und auch direkt hier mitnehmen. Wenn ihr eine größere Bestellung habt bzw. größere Wünsche habt, dann müsst ihr es oben übers Lager laufen. Da wäre es gut, dass ihr uns kurz Bescheid gebt bis 17 Uhr unter der Woche bzw. Freitags dann 16.30 Uhr, damit wir die Sachen nach unten bringen lassen bzw. schon entsprechend bereitstellen. Haben einige schon wahrgenommen, hat sehr, sehr gut funktioniert. Und bei diesem Video habe ich auch ein Gewinnspiel gehabt. Da gibt es 50 Euro im Grunde genommen als Einkaufsgutschein bei uns und die lose ich jetzt gleich aus. Und dann das zweite ist das große Fotoshooting beim Fotostudio Nook, beim Zweimann-Betrieb in Altendietz. Und das verlosen wir auch noch und da gebe ich jetzt gleich noch die Gewinne einfach bekannt, indem ich mit dem Handy das Ganze auslose. Ja, und damit haben wir es für heute schon. Es gibt jetzt im nächsten ein hochinteressantes Video. Ich kann schon so viel verraten. Die Firma Flex hat was Neues vorgestellt. Ich war vor Ort bei der Firma Flex in Steinheim an der Muhr im schönen Baden-Württemberg und konnte dort ein Interview führen. Konnte mir das neue Produkt anschauen und das gibt es auch demnächst hier auf dem Kanal. Also wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, hinterlasse ein Abo, hinterlasse uns ein Like. Helfe uns ein bisschen, damit der Kanal ein bisschen wächst. Bald haben wir die 500. Das soll es gewesen sein. Bleibt sauber. Viel Spaß bei der Autopflege. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Euer Stefan. Ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.